Also T-H-R-O-W heißt doch fallen lassen oder werfen ich kann das nicht machen weil ich der Host bin hier steht R&B also rechte Maustaste rechter Mausbutton ist für Host-Settings Ich hätte nicht zurückstellen sollen Kann man sich ducken? Nee. Kai? Hm? Was hat Eier tun? Einstehen. Ist ja auch witzig. So, hört man das alles? Schicke Brille. Die Lama hat den Raum auch schon gefunden, scheinbar. Ja, der hat ja offen, der hat ja gehostet. Nee, in den Raum hier. Ja, den... Hä? Ja, ich kann mal... Ich hab den nicht gesehen. Oh mein Gott, wie ich hübsch. Komm mal, ich bin mal da weg. Ich hab Haare. So, was denn jetzt ist das Passwort hier? Oh mein Gott, ich hab... Ich hab... Oh, ui. Und du kannst hier? Seiten auf 0. Seiten auf Kontostand, ja. Wie kann ich jetzt beitreten zu euch? Ähm... Join Game. Join Game. Da, und ich hab dir den Code geschickt. Äh, das Passwort und so. Also, wenn du das kopierst und dann eingegangst, eigentlich müsstest du reinkommen. Glaube ich. Müsst du auch, äh... Wo hast du denn Dür... Ach, da. Lass bitte nicht alle den Dür... Hä? Der ist ja als erstes reingekommen. Was hieß? Äh, Vincent. Guck dir das T-Shirt an. Ist doch wunderschön. Was los? Ist doch wunderschön, oder? Ja. Aber wie kann man GameShot benutzen? Pau. Gar nicht für dich. Am besten benutzt du es gar nicht. Nee, wirklich. Am besten benutzt du es gar nicht. Okay. So, gibt's ein Kill-Cult auch? Boah, tut das Nachschlieren hier. Das ist Jump-Run, Jassi. So süß. Impostos 2. Ich bin mal kurz af... Video. ... oder schreit. Was willst du denn jetzt machen, Jassi? Dich aufessen. Dich schlagen. Äh, was kurz einstellen. Ist das wie Among Us? Besser. Meeting Cooldown auf 50. Da gibt's hier Snow Extreme. Oh, geil. Skyfall Space. Kann man das irgendwie benutzen? Nee. Kill Cooldown 30. Können wir so lassen. Task 6. Naja, 8. Seid schon gut sein. Impostos. Wir sind drei Leute. Machen wir mal auf einen. Six Shirti. Äh. Na, mal raus. Wie jetzt? Hier gibt's was mit Verrätern und so? Naja, ich kann das hier einstellen. Hier, äh, für Hostettings. Uh, Torte. Die haben hier leckeres zu essen. Nur Käse, Tomaten und Wurst. Einfach so ohne Brot. Gar nichts hier. Toll. Aber irgendjemand hat Geburtsag, wie man sieht. Fuchs. Guck mal, komm mal mit. Komm mal mit. Kill Countdown. Äh, Cooldown. Achso, hier stehen sogar all deine Einstellungen. Lol. Echt? Ah ja. Hier an der Tafel stehen alle deine Einstellungen, die du machst, das Haus. Das ist so gut. Kill Countdown, das kann 30 bleiben. Ein Anpass. Ja, aber jetzt sind ja bloß drei. Guck mal mit. Guck mal mit. Guck mal hier. Ne, es war hot. Hm? Boah, Alter. Hm? Hä? Hallo, Tess? Ja? Gut. Der ist ja Profi. Guck mal her, komm mal her. Hä? Hä? Das hab ich nie geschafft. Guck mal her, guck mal her. Oh. Hey. Easy. E- See. Money. Ah, nur, das letzte krieg ich nicht hin. Doch, ich hab's hingekriegt. Und nun? Geht's jetzt hier gar nicht mehr weiter, oder was? Achso, man muss auch unten auf das Grüne kommen. Na, muss man erst mal sehen. Von oben. Dann machen wir mal beiseite hier. Stoppe einfach. Zack. Und so, und nun? Ach, hier. Ach. Das war's also schon. Na, gut. Easy. Cooles Spiel. Ey, Kai, wenn du oben bist, geht's hier noch weiter. Naja, da musst du um die Ecke jumpen. Kai, komm mal her. Dann wird dich, ich zeig dir mal was Schönes. Ach so. Ja, okay, moin. Warte. Ich muss besser als ich hier sein. Mann, ich bin der Hälsige, der das nicht schafft. Ich muss besser als ich hier sein. Alter, das hab ich teilweise. Ja, voll easy hier. Vor allem das erste. Nee, 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 der andere wird nicht easy. Der Anfang ist easy hier. Okay, okay. Mann, dann wird den Mund nicht so voll, du Arschler. Das ist ein bisschen schwer. Oh Gott, oh Gott. Heiße. Zack, zack, und zack. So. Oh Gott. Zack. Zack. Ich bin den Anfang am schwierigsten. Zack. Easy. Nein, ich hab's nicht geschafft. Easy. 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 Wo geht's dann weiter? Ach so, da. Easy. Ich bin beim Grünen. Oh, tatsächlich, ich hab's geschafft. Ist das nicht Lava? Weil ich's aktiviert habe. Ich hab's aktiviert. Ich bin am Ende angekommen. Da gab's einen Knopf. Ich konnte es zur Lava machen. Hey, da liegt ja ein Tot am Lava rum. Der bin ich wahrscheinlich. Komm, nochmal nochmal zur Lava. Ah, nee, kann ich gar nicht mehr. Wieso nicht? Der Knopf ist eingedrückt. Ich darf nicht mehr drücken. Naja. Ich hab's geschafft für euch allen. Ich hab's für euch allen geschafft, Alter. Was denn hier? Nagelpistole. Aua. Aua. Der Profi. Der Profi, Digger. Der Profi. Ich glaube, die macht Schaden. Nee. Komm auf. Wo hat er die Waffe her? Geisteskrank. Jetzt kommt Neife, jetzt kommt Neife, jetzt kommt Neife. Wer gibt Lama auch, bitte. Schnaufe ich alle. Ich krieg's schnell zurück mit der Tastatur. In den Hurensohn. Äh. Ahaha. 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 Äh. Ahaha. Okay. Ja, das ist super gemacht. Okay. Ähm, soll ich mal, soll ich mal, soll ich mal das mit starten? Soll ich mal mit starten? Aber. Also. Ja, komm. Yesi! Äh. Du Verräter! Ja, komm. Man kann mit dem Taka schießen? Hilfe. Arschloch. Oh, okay, okay. Mein Charakter. Ich muss arbeiten, ich muss arbeiten. Du darfst das doch nicht alles verraten, du bist so ein Verräter. Äh. Hilfe. Warte hier, wir rufen die Hölle an. Äh. Äh. Mann, das ist... Äh. Ach so. Oh. Oh, ich kann mich... Ich bewege mich mal nicht. Oh, lol. Oh, mein Gott. Amorgos. Hä? Vergess dein soziales Leben. Hilfe. Du arbeitest jetzt hier. Was? Wie assi ist das denn? Was? Es ist... Fünf, vier, drei, zwei, eins. Hä? Was läuft denn da für eine Zeit ab? Hä? Jetzt hat sich hier eine Tür geöffnet. Hui. Task completed. Oh mein Gott. Bin ich geist krank? Ich bin so geist krank. Äh. Was ist denn das hier? Start Meeting. Oh, cool. Nein. Das ist wirklich wie Amor. Das ist wirklich wie Amor. Das ist wirklich wie Amor. Eigentlich dürften wir nicht in den Chat sein, sondern einfach den Sprachchat einfach zu machen. Ja, derjenige, der tot ist nicht mehr reden. Ja, mach mal so. Da muss ich auf das... Entweder stumm oder gar nichts mehr sagen. Also sich einfach beherrschen. Alter, ist das ODS? Ja, aber eigentlich ist das eigentlich... Ist das Unity? Voll gut, wenn man das... Mein... Mein Charakter Mumu auch viel alleine. Ey! Ich glaube, dass Lama-Spucker sehr sass ist. Wir sollten ihn rausschmeißen. Er ist dein Poster. Ich meine, es ist Turbo, weil er nicht zu checkt. Nein, nachdem Lama mich erschossen hat, noch in der Lobby, ne? Hat mein Charakter sich auf einmal von alleine bewegt. Ja, ist zu spät. Ich bin für Kai. Also man kann ihn sogar voten. Das ist halt echt eine Mungas. Ich vote für mich selber. Ja, hab ich auch. Rainer. Ich habe es. Ach, Mann. Ich glaube... Häää! Er wurde gefeiert. Oh, ey, hier ist mein persönlicher Sessel. Hier steht mein Name drauf. Ah, Kai, dein persönlicher Sessel. Ja, hier ist sie. Mein Gaming... Äh, naja, was heißt Gaming? Gaming. Mein Arbeitsstuhl. Wollte ich, ja, wollte ich. Wongel, die Dongel müsste da stehen, Jessi. Bei dir. Wongel, die Dongel. Also... Boss. I'm the boss. Boss. Ja, was hat denn der hier? Der hat ja... Hä? Der hat selbst eine Kamera hinter sich selber? Hä? Oh mein Gott. Ich war der Poster. Aber ich muss sagen, es ist so wenig, ist das ein bisschen... So ein richtiges Arschloch, Alter. Wie brauchen noch mehr Leute? Wie kann man denn so assi sein? Wie kann man denn so ekelhaft assi sein? Warum gibt es denn hier, wenn man hier sein soziales Leben ver... äh, so sein soll? Warum gibt es denn dann hier Spielautomaten? Ich verstehe das nicht. Ey! Ich meine echt noch mehr Leute dafür, Alter. Hä? Hier ist es wie TTT. Hallo. Das ist TTT. Cool, Kamera. Travel Terrace Town. Boah, Junge, Meeting. Das ist echt wie TTT. Man sieht unten, äh, links seine Lebensleiste und seine... Was man ist, ob man Coworker ist oder ein Poster. Ey, ist das böse. Hm. Irgendeine Task. Hä? Servus. Ah. Hä, wohin muss das? Ah! Wie jetzt? Muss ich machen. Sie sollten doch vielleicht einen Ingame-Chef benutzen. Ja. Turbo? Hey, ich schick das nicht. Turbo? Ich glaube, der ist tot. Hallo? Hey! Hey! Ich habe... Oh, ich weiß so. Geh weg. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Irgendwie die noch nicht. Ich schwöre mir über einen Step. Ist das... Das ist schon ein bisschen... Asi von euch? Tschö... Ja! Ich hasse dich, Lama. Ich hasse dich. Und das auch noch mit... Und das auch noch mit einer Nagelpistole. Ich hasse dich. Ich wurde niedergeschochen. Hey, nein. Ich hatte... Ich hatte Nagelpistole. Ja, gegen mich hast du Frankfurt-Hauptbahnhof-Simulator gespielt. Okay, wir spielen noch mal eine andere Map. Neighborhood ist das jetzt. Das ist ein Nike-Wauch-Hut. Link-Wauch-Hut. Jetzt nächstes kriege ich eine kostenlose Empfung. Vor Säle, das ist jetzt meinst du verpisst euch. Jetzt ist es kein... Ich weiß es. Ich weiß es. Garten-Seeds, lol. Ich muss den Anruf tätigen. Ich habe Garten-Seeds einfach in meinen Händen. Hä? Wie hast du so steht? So richtig, ähm... Tumblr-mäßig. What if we... Oh, man kann meinen Leuten einbrechen. Baseball. Nee, doch nicht. Ich kann doch nicht rein da. Ich habe... Oh, Basketball. Ja. Ball. Das wäre böse. Hilfe. Oh. Ich darf... Alter, ist das geil. Ich bin hier gerade am Rasen, Mann. Glaubst du mir, oder? Oh, ja. Oh. Ich habe 19 Dollar. Komm, Säle. Komm, Säle. Was ist das für denn das... Äh... Warten Sie die Waffe weg. Oh. Das ist doch eine Waffe gewesen. Nee, das ist auch meine Aufgabe. Was ist das? Nicht euch, das jetzt... Mann, ich muss... Lass doch mal sehen, Mann. Jetzt mach ich den Ober-Pro. Jetzt mach ich den Ober-Pro. Oh, ja. Hier siehst du mich dribbeln. Siehst du mich dribbeln? Siehst du mich dribbeln? Siehst du mich dribbeln? Und jetzt? Was muss ich machen? Fucking looop. Warte. Scheiße, hat es immer geschafft. Fuck. Nein, das habe ich doch schon. Das habe ich schon. Aber ich muss... Äh, warte. Nein. Denk mal... Ich glaube, ich muss jetzt hier nach oben. Du kannst... Es gibt übrigens Tasks, die man erledigen muss, ne? Ja, ich weiß. Ich weiß. Ja, ich finde gar keine. Die sind auf dem Map geld markiert. Die sind geld markiert, ja. Hilfe, ich habe alle verloren. Ach so. Ich muss irgendwas streichen, aber... Ah, hier. Jetzt? Ist das dumm. Wie? 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 Und wie muss ich da jetzt so... Einfach was ausdrucken, Bruder. Ich war... Nö. Hä? Und wie muss ich da... Wie muss ich da jetzt... Wie muss ich... Das, was Vike hatten, musste man eh drücken, was aus... Weil auch ein Drucker auf dem Dach. Ich soll hier streichen, aber... Na, mach. Guck mal. Du brauchst ein Tool dafür zum streichen. Na, mach. Ich verstehe die Aufgabe, die ich nicht jetzt hier habe. Ja. Bleib mir stehen. Nein, 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 nein. Ich traue dir nicht. Ich traue dir nicht. Ich traue dir auch nicht. Kann mich auch verstehen. Ah! Der Typ wird Placeion. Wie kann man was fallen lassen? Hab ich schon. Weiß ich nicht. Was muss ich denn hier machen? Ich verstehe es nicht. Muss ich mal in die Settings reingucken. Werf das mal weg, ich brauche das für eine Task. Wie werfe ich das weg? Mit der rechter Maustaste. Ah, nee. Doch. Na da, jetzt ist es glaube ich... Nein! Unten steht doch, äh... Interess irgendwas zum... Ah, ich hab fertig. Und ich hab gematcht. Wie, 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 werfe ich denn was weg? Warte, wo war ich? Ich hab das hier. Wie werfe ich denn was weg? Rechte Maustaste. Geht nicht. Außer wenn du Mörder bist. Das steht hier, aber... Nee, du hast nur eine Sache im Inventar, das ist ja klar, dass du es wegwerfen kannst. Hä? Nein! Ja, aber ich kann es nicht wegwerfen. Geht nur, wenn dein Inventar voll ist. Das ist ja noch nicht voll. Achso. Ich hab 10 Dollar verdient, Alter. Ich hab 26. 27. Und wie viel hat der Brauster? Man kann nicht Trampolin springen, das ist böse. Ach, Basketball ist auch eine Basketball. Ja. Kann nicht... Wieso schmecken wir auf dem Schimpol? Und wie viele Körbe muss ich... Ich kill ihn! Funktioniert irgendwie nicht. Hey, guck mal! Hey! Hey, Jessie hat doch auch einen. Du kannst doch einen nehmen. Bist du doof? Er ist einfach nur ein Poster, das ist Inventar voll. Oh! Es wurde ein... Das Lama... Also, ich glaube... Ja, ey, lass... Erklär mal, erklär mal, was passiert? Nach bei der Basketball, Dings. Bei der Basketball... Wie heißt? Task. Du hast mich gesehen, Lama-Spucker? Ich war bei dir. Das weiß ich nicht. Turbo! Wo ist denn Kai? Du hast eine einzige Brille. Ähm... Du hattest ja auch ein Basketball in der Hand. Hier oben. Hast du... Ach, nein! Warum kann ich auch alles sehen? Hä? Hast du was zu deiner Verteidigung zu sagen? Ich bin unschuldig. Kai hat selbst... Ach, klar. Ja, sicherlich. Du bist ein Angel. Der hat's mit Wasser abgeworfen. Ich bin ein Angel. Nein! Aus mit dir! Hilfe! Ah, ich hab's hier... Ähm... Hilfe! Ja, wir haben gewonnen! Mann! Wuuu! Ja! Ist so... Hallo, guck mich doch an! Guck mich doch an! Kai war böse. Kai, das war böse, oder? Ich glaube, wir machen was Besseres. Wir machen was Besseres. Ähm, wir machen das am besten so. Ähm... Gibt's denn... Kann man den Imposter so ein bisschen mehr ein Bein stellen mit den Einstellungen? Dass man, äh... Dass wir ein bisschen mehr... Ich glaube, Security gibt's einen. Wir machen mal einen... Aber das ist ja... Wir sind ja viele Leute doch... Hier, Kai, guck mal! Na, ma! Zum Free... Äh... Free Show-All-Monus. Der Tacker! Ein was? Alle gegen alle. Gibt's das? Die wissen niemals, dass ich einen Tacker habe. Auf der Arbeit, in meinem Büro, hab ich einen Tacker. Sehr gefährlich. Ja, hier gibt's auch ein Messer. Haben wir uns gerade gegenseitig? Okay. Ja. Ja. Das geht? Geil. Ja. Am Laumeshundern würde ich mal aufgestocken. Ich kann vor der Hauptbahnhof Simulator gegen irgendwas anderem. So, ich hab schon wieder Gartensamen. Ich hab auch Gartensamen. Ich hab auch Gartensamen. Aber ich kann's... Ich bin Security. Warum? Warum sagst du das? Wurst. Vielleicht bin ich auch Imposter. Ich erhöhe einfach nur den Schein. Oh, ich hab Geld gefunden. Ist jetzt meins. Wie macht man denn die Basketball-Task, Alter? Jo. Ich denk mal, du musst Basketballs nehmen. Mäßig. Ich kann sie nicht aufheben. Ah, man muss rein und reintreffen. Okay. Künder. Ja. Geht's, Rasenminen. Hier ist jemand tot. Äh. Hä? Wie zur Hölle ist Lama gestorben? Ich glaub, der wurde überfahren, weil er ist nämlich sehr oft ein Auto hin und her gefahren. Wenn jemand tot war, war es die SS-Kai. Kannst du nicht sagen, weil ich war gerade bei, äh... Ich sag auch, dass es Kai ist. Ja, okay, dann macht es halt. Und dann gewinnt der nächste Imposter. Ja, okay. Mach. Jesse oder Turbo. Mach, 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 wollt beide für mich. Mach das doch. Ich hab halt, du musst warten. Achso, ich skippe. Bitteschön, der nicht, also, der, ne, der, der, der Unschuldige, der ist jetzt gearscht von euch beiden. Ticke. Tschüss, ich gebaden. Nein, Kaffee. Ich wurde von dem Auto getötet. Sag ich doch. Mann, wie kann man denn so dumm sein? Ach, Jesse. Kann man denn so bescheuert sein? Die Mama ist gestorben. Und du hast einzig, der bei ihm war. Ja, weil ich gesehen hab, dass er von dem Auto getötet wurde. Das ist das, boah, ich bin dumme Ausrede. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Ich war wirklich ganz kurz davor. Nein, warum hast du denn gestartet, Alter? Warum hast du denn gestartet? Wenn man nochmal einen anderen befreit hat. Weil ich hatte gerade eine Waffe in der Hand. Also eine richtige Schusswaffe. Oh, Junge. Oh, Israel. Jetzt zähle ich mal, was es ist. Keiner mehr, was, was. Mann. Warum läuft denn eigentlich eine Zeit? Achso, für den Gesprächsraum, ne? Ich hab Polizei angerufen. Wieso das denn? Hä? Ich guck dir erstmal was. Das ist so viel geiler als im Ungers, Alter. Der Drucker ist einfach mal HP, also HPO. Bei Lausel, hi. Ich hab ne Club-Up-Gerolle. Hallo, ich seh gerade. Hier gibt's Camps. Da beim Vorbeirennen. Es gibt Camps. Früher, als ich bei der Map hier im Poster war, konnte ich in den Raum reingehen. Jetzt kann ich's nicht mehr machen. Ich weiß, was das ist. Wie jetzt? Kai hat nen Taka. Taka ist ne Imposter-Waffe. Ja, und vielleicht kann jeder andere den auch aufheben. Nee. Aber alles, was auf der Shooter entsteht, sind... Ich hab den, äh, nur mal so, ich hab den vorhin auf dem Tisch gefunden. Auf irgendein scheiß Tisch, vor allem im Laptop. Hä? Ich glaube... Na, denkst du nicht, ich hätte dich da anschießen, abschießen können? Ah, das ist das Turbo, das ist das Turbo, ja, ja, ja. The fuck, einfach. Ich hab den irgendwo auf dem Tisch gefunden. Heißt, noch lange nicht, dass ich den benutzen kann. Also, ich kann den nicht, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab linke Maustaste gedrückt, ich konnte ihn nicht benutzen. Ich glaube, äh, Kai kann den Taka benutzen, um Dokumente zu hätten. Ja. Nee, ich weiß nicht. Ja, wow. Es kann auch sein, dass es in den Tisch war. Ich hab's dann einfach mitgenommen. Also, ich hab auf jeden Fall jetzt für... Ich hab mich selbst rausgewordet. Du bist gefeuert. Einfach rausgefeuert. Au, scheiße. Und dann ist es definitiv Kai. Wieso denn? Was ist, wenn das wirklich eine Task ist? Das ist keine Task. Ich hab das einfach auf dem Schreibtisch gefunden und dann, zack, und... Stimmt, ich kann zum Beispiel einen Taka nicht aufheben, da auf dem Schreibtisch liegt. Das ist Kai. Lass mich alle aufheben. Ja, äh, ich mein... Vielleicht kann man nicht alle Taka aufheben. Ich lege alle aufheben. Das ist okay. Ja, schön. Oh, mir egal. So, Klopapier. Task fertig. Besser. Ey, hier ist ein Keller. Hä? Achso, das ist... Hier gibt's ja ein Camps... Warum schweben hier... Post... Umschläge herum? Wie in Hogwarts? Wie macht man die Aufgabe mit den Servern? Welche Aufgabe mit den Servern? Ja, die Aufgabe mit den Servern halt. Was ist... Hä? Diese Zeichnung. Ist das ein Pferd oder was ist ein Pferdemensch? Das ist deine Mom. Red Fox Studios. Lobby. Please have ID ready. Lobby. Braucht man eine ID-Karte oder was? Die hat man ganz vorne im Slot, ja. Wirklich? Ja. Hast du die oder was? Jeder hat die. Oh mein Gott. Du bist so ein Arsch. Hey. Mein, Kai. Mann, jetzt hab ich nicht mehr die Ausrede mit dem Taka. Ich war am Bürgermachen. Nee, ich wollte dich anschießen, hab aber ganz zu spät gesehen unten, dass man Kill-Kuldanauten hat und dann muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Okay. Nein. Auf, was du in der Hand hältst. Hä? Sein Schein. Ja, das ist vor allem das ganz gefährlichste. Ja, das ist auch gefährlich. Wo gibt's denn hier den Meetingraum? Ist das der hier oder was? Irgendwo bei einer Fahrstuhl. Bestimmt, ja. Dann baue ich dir vielleicht einen Knopf auf oder was. Lama? Hm? Guck dir das genau an. Ich bin Imposter. Nein, bist du nicht. Du bist die Security. Keine Security, glaub ich. Hä? Was ist Supervisor? Wie danke ich denn das? Hilfe. Äh, die Fock. Hä? Lama? Macht denn ihr hier? Alter, ihr seid ja sozial, das ist ja verboten. Wir machen Trockenbau. Ist das ekelhaft. Nein, nicht Trockenbau. Ey, hier ist Brot. Will jemand Brot haben? Will jemand Frühstück machen? Frühstück? Frühstück? Ja, ich will Brot. Frühstück? Ja, ich komm, ja. Frühstück? Ja, ich will auch Frühstück. Hier, Brot, Brötchen, Brötchen, Brot. Hat jemand reinzufällig ein Messer, um Brot zu schneiden? Nein, ist doch schon geschnitten. Ich brauche Marmelade. Lama! Wir brauchen Marmelade. Warte, Lama. Lama. Lama, ich rufe kurz an. Lama. Kannst du mal deine Mutter vorbeischicken, dass sie uns mal Marmelade vorbeibringen kann? Lama. Hä? Lama. Ich brauche Marmelade. Ich muss hier, ich muss hier auftanken, aber es geht nicht. Cell, I'll be, Radius, Corrector. Oh, Leute, es gibt hier zwei. Och, schön. Soll ich hier mal angucken? Was ist denn hier los? Hä? Was ist denn jetzt los? Jetzt was ist los? Also. Hä? Warum könnt ihr euch bewegen und wir nicht? Keine Ahnung. Weil ich Supervisor bin. Also, ich glaube, dass es Jessi ist. Ich will es zu sagen. Das kann ja bloß einer von euch beiden sein, wenn wir uns Supervisor bewegen können. Dann kann das nur einer von euch beiden sein. Da er ganz blöd schon mit euch umschmeißen ist, ist klar. Hä? Hä? Deine Marmelade schmeckt aber ganz komisch. Warte, 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 warte. Warum sollte ich dann ganz komisch weggerissen? Ich weiß, ich habe vorhin durch zuvor in den Posterraum gesehen. Da muss man nämlich durch so einen Tunnel gehen. Und wenn man dann nach links geht, ist dann Posterraum. Und er ist vorhin, als wir über den Toast waren, genau in die Richtung gerannt. Damit als erstes. Deine Marmelade schmeckt ja ganz komisch. Hä? Tobi, du Drecksau. Jessi, Jessi, Alter. Jessi, wir müssen uns schnell verstecken. Wir müssen teamen. Wir müssen teamen. Warte, ich mach nichts, ich mach nichts. Ich hab nichts verwartet. Jessi, Jessi, wir müssen teamen bis zum Meetingraum, bis zum Meeting. Okay, cool down, aber ich brauche Hilfe. Wie kann man ein Meeting machen, Jessi? Wie kann man das? Sag mir das mal. Ich weiß nicht, wie man tankt. Ich weiß es auch nicht. Jessi, wie kann man ein Meeting machen? Drei, zwei, eins, guter Tag, guter Tag, was geht, was geht? Ich komme, ich komme. Oh nein, Vorsicht, Jessi, renn, renn. Du bist es. Renn. Wie kann man ein Meeting machen? Wie kann man ein Meeting machen? Winzen, da kann nur ich schreien. Wie kann man ein Meeting machen? Jessi, wie kann man ein Meeting machen? Au. Au. Nein. Weiß ich nicht. Ihr seid so doof, ihr seid so doof. Kai. Warum sollte ich denn Meeting machen? Kai, möchtest du etwas? Etwas Lama-Wurst. Lama, deine Marmelade hat ganz komisch geschmeckt. Ich wollte es nur sagen. Ja, deswegen wurde Meeting gemacht. Ihr seid alle doof. Die Waffen sind gespawnt. Ja, weil er schon gestartet hat, der Hullensohn. Was macht denn auch Lama? Mann. Das schadet immer so schnell. Ich darf wieder anrufen, wenn ich hier spielen möchte. Eid? Eid? Ich muss hier tanken. Ich muss hier tanken. Eid? Eid? Ich kann hier, ich muss hier irgendeine Dokumentarbeit machen, aber geht nicht. Ich glaube... Warum steht das auf dem... Kommt man denn auf das Dach? Dein und vier. Was für ein Dach? Na, ich hier aus. Gut da. Neben der Basketball-Task. Kann man kurz zu der Basketball-Task und mir helfen? Ja, ich stehe da. Wo bist du? Da. Ich stehe direkt da. Ja? Wo musst du hin? Ich muss auf das Dach. Bist du da? What the fuck? Alter, ist bei euch auch schon mal ein Auto vorbeigefahren und hat... Also richtig mit dem Mund. Jetzt kein Motorengeräusch, sondern nur mit dem Mund. Ein altes Geräusch mit dem Mund, oder was? Ja. Jetzt kam ein Auto vorbeigefahren. Was ist denn los bei dir? Ja, Alter, da kam ein Auto vorbeigefahren. Einfach nur mit dem Mundgeräusch. Oh, Jessie hat Messer in der Hand. Jessie hat Messer in der Hand. Jessie hat Messer... Wie kann man voten? Sagst du es mir doch. Wie kann man voten? Was habe ich gefunden? Wie kann man Meetingraum machen? Ja, das geht gar nicht mehr. Nach meiner Lüge geht das nicht mehr, diese Ausrede. Ich habe dich ja nicht gekillt. Hätte ich nicht auf den Kill-Cooldown. Wie kann man denn... Wo ist denn der Meetingraum? Nein, du killst mich nicht. Verpiss dich! RAND! Wo ist der Meetingraum? Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Jupp! Ah! Mann, ich habe dir vertraut! Hä? Ich habe auch mal Spuck abgestochen. Wie hast du mich bekommen? Oh, nein, Alter. Wir können... Oh, nee, Alter. Leute, zu viel Marmelade hier. Also, jetzt starte mal nicht hier. Sind die Waffen immer noch weg? Ja, da sind Waffen! Aua. Nein! Au! Der CS-Goal-Spieler-Lama. Der Jude! Ey! Das nimmt man aber nicht als Beleidigung. Der Jude! Also, das ist mit... J, für gut! Nicht? Achso! Der Jude! Ah! Ich habe so wenigstens anderes verstanden. Mann! Ja, ich weiß nicht! Ah, ja! Keiner Mars-Bemörder, das ist böse. Ich habe Kai... Mann, ich kriege keine Waffe, was ist denn das? Kai, verkar dich. Ich bin CS-Goal-Spieler. Okay, scheiß. Nein. Ach, verdammt! Jetzt hat er die Waffe. Also, wenn man hier drin... Hier drin, dann verliert man wirklich sein Leben. Ui! Der Typ holt mir ein Loch ins Auge. Ja, komisch, ja, Lama. Weißes Arschloch. Ganz komisch. Ah! Kai, wir müssen da gleichzeitig rein. Kai, wir müssen da gleichzeitig rein. Ach, ich... Nö. Ab dafür! Da ist mir mein Hoden viel zu lieb für. Der Typ leckt sich weg! Der Typ leckt sich weg! Ich bin der Erste. Ich bin drinne, ich habe gesichert. Ich bleib gesichert gegen Lama. Ich habe gesichert. Lama, verpiss dich! Lama, verpiss dich! Lama? Ja gut, sehr gut. Vorsicht, wenn Lama reinkommt. Tika! Ich habe gar keine Chance. Lass mich mal. Lama, ich bin da. Komm her! Warte, Kammer, warte. Oh, oh, was gibt's hier? Oh, oh, oh. Äh, äh, vote kick, kick vom Lobby. Der Spamber, er spammt. Er spammt. Ich erschese unser Manager. Aua! Ich mache nicht. Warte mal, ich nehm'n Messer und dann direkt vor der Tür. Ja! Oh, er kommt nicht rein. Nein! Nimm die Moppe! Er zieht sie! Nein! Nein, jetzt ist er im Raum. Nein! Ich sehe, wir müssen gleichzeitig gerade alleine machen. Bringt das nichts. Bei mir... Ja, der Kleine! Der Kleine! Komm! Kai, komm! Ja, irgendwie... Ist das beim Spiel bei mir, Leggy? Ich bewege mich nur nach rechts. Ja, das hätt' ich auch. Geht das irgendwann weg? Du musst... Als ich gewordkickt, als ich getötet wurde durch euren Mord, ist das weggegangen. Ach so, warte mal, tötet mich mal. Bring mich mal um. Ja, warte. Ja, warte. Ja, also... Wegen... Wegen Lama hab' ich vorbei geschossen. Ist immer noch nicht weg. Dann, äh... Geh mal was... Dann geh... Oder... Nein, 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 das macht nichts. Jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg. Okay, gut. Warte, Lama, ich hab dir ins Knie geschossen. Hä? Hä? Ich fahr raus. Lama, jetzt geh vom Scheiß-Tisch runter. Togo, komm mal her. Togo, komm mal her. Lama ist gerade so spontan und super geworden, Alter. Komm, wir gehen gleich rein. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Drei, eins. Ich treff nicht! Scheiße! Nein! Warte mal ganz kurz, warte kurz, Zauber. Warte kurz. Ich muss mal kurz meine Tasten umbelegen. Hast du schöne Brille auf? Ja, danke. Komm mit. Rainer... Drei, zwei, eins. Drei, zwei. Fixen! Nein! Er hat... Du... Pubertärende Kind, ey! Er ist tot. Oh, geil. Du kannst überhaupt verhalten. Ich hab nen Tacker. Ich warte quasi nur, dass das losgeht, Alter. Alter Junge. Kein Leben am Limit. Ich hätte... Nein! Er nimmt uns die Waffen weg. Jetzt werde ich Börder. Oh, Raufhazertapete. Wie schön. Oh, Garpensheets. Oh, die werden gleich durchschnallt. Samen. Ich verteile überall meine Samen. Nee, nee, nee. Nee. Nee, lieber nicht. Oh. Oh, hier ist der Pugel. Warum ist der fucking Druck auf? Hier ist der Pugel. Schön. Hilfe. Hilfe. Kennst du, ich habe das Auto auch gehört? Oha, Lama. Guten Tag. Guten Tag. Muss auch was drücken? Muss auch gerade was drücken? Lama, ich brauche dir nicht. Obwohl, Lama. Ja? Guck dir meinen Namen an. Der ist blau. Brauchst du mir? Dann gucke ich den Namen an. Hä, was macht denn da oben? Kühlschrank da oben, oder? Nee, 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 nee. Kai sei, dass ich blau, Kai sei, dass ich blau. Er ist nicht blau. Er ist nicht blau. Hä? Wie? Ja, ich versuche gerade diese scheiß Task auf dem Dach hier zu machen, Mann. Ich weiß nicht, was das ist. Oh, ich habe es auch gehört. Du musst mal, du musst mal ausstellen, dass es zwei Spectator gibt, das ist ja scheiße. Also hier zwei, wirst du schon, Detektive. Gibt's das? Na, ist ja wohl eingestellt, wenn zwei das sind. Naja. Echt? Ja. Mann, der, der, ich bin auch Supervisor. Warte, 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 warte. So, so macht man die Task. Die eine Task nach Haus macht man, wo man, wie man alles... Das ist mein Turbos Supervisor, es ist auch safe da im Postor. Hm? Na mal, ich trau dir seit A-Way-Out nicht mehr. Äh. Das weißt du? Rechte Maus, das so. Äh, so. Brot, wo ist hier Brot? Brot ist das drin, ne? Hallo? Brot? Ah. Nein, ich krieg das nicht hin, Jessi! Was ist, was ist... Wie viele Male muss man drauf reintreffen? Drei. 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 Nun, Rasenmähen. Ja, was ist denn das für eine Scheiße hier? Ich treff kein einziges Mal. Äh, hier ist, äh... Kopfsaal. Mann! Und ich war gerade bei Kai. Und wollte gerade Rasenmähen. Ja, aber... Lama-Spucker ist tot hinterm Haus gewesen, oder? Ja, eben! Kai! Stimmt! Oder wie? Ja, ich hab grad die... Ich wollte gerade Rasenmähen. Ich hab ja die Leiche gefunden, Alter. Kai kam ja aus der Richtung. Dann ist es Kai. Hast du die Leiche wirklich gefunden oder produziert? Ich hab die gefunden, Alter. Ich hatte gerade mir einen Rasenmäher genommen. Der lag noch bei Lama-Spucker auf der Leiche. Nö. Verdient. Verdient, Kai. Verdient. Ich bin schon wieder daneben gesprungen, Alter. Ich bin grad am Rasenmähen und... Ja, aber warum denn nicht ins Wasser? Weil... Weil du so gut für dich bist. Du magst den harten Betonboden mehr. Ich mag die Mebry lieber. Es gibt keine Waffen. Lama! Nein, es gibt keine Waffen. Lama! Nein. Hammer. Hast du die Supervisor runtergestellt? Supervisor sind alle. Ich hab schon wieder einen Tacker auf dem Schreibtisch gefunden. Das ist so nix, da ist so nix, da ist so nix, da... Der Kai hat gerade zugegeben, dass das ist, weil er gerade gesagt hat, ich hab schon wieder einen Tacker gefunden. Achso. Guck mal hier. Kai hat gerade zugegeben, dass das ist. Karte, 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 ich hab ne Karte. Kai hat gerade zugegeben, dass das fucking ist. Achso. Ich kann meine... Ich kann deine Tasche nicht machen. Ey, das ist doch scheiße. Ja? Ja. Achso, okay. Kai, komm her. Wie er sieht hoff aus, Alter. Okay, du sollst dir live, du walk your now. Leute, Kai hat gerade zugegeben, vorhin, dass das ist, er hat gesagt, ich hab schon wieder einen Tacker gefunden. Harpo, Harpo, Digger. Okay, cool. Äh, Lama. Hier hört er nach Kai noch zu. Lebst du auch? Ja. So, was soll ich denn jetzt hier machen? Press exekent. Ne, warte mal. Warum soll ich nicht leben? Komm, komm mit, dir vertraue ich. Kai hat zugegeben, dass das ist ja. Weil er hat vorhin gesagt, er hat einen Tacker gefunden. Ganz am Anfang der Runde hat er gesagt, ich hab schon wieder einen Tacker gefunden. Wie denn da ist das? Jetzt macht es wirklich, Alter. Aber warte, 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 warte. Ich bin mir halt nicht sicher. Ich glaub, wir liegen bei euch halt. Ich wollte Jessie voten. Tut mir leid, weil sie ja direkt die Schulter auf mich schieben will. Lama, vote nicht. Oh, Mann. Ich war Coworker. Tschüss, Jessie. Huuu. Ich war Coworker. Oh, Coworker. Ja, scheiße. War wirklich scheiße, Mann. Gott, 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 Gott. So jetzt mal, ohne Mist jetzt mal von euch beiden. Wer ist, wer ist, wer ist unschuldig? Ich habe nur eine Red Fox Studio. ich bin die ganze zeit am task machen muss es jetzt ja auch diesen geist diesen ja welche war da war dann war doch das war ganz schön das hat sich ja wie komisch angehört muss ich das jetzt hochheben ach das was machst du was musst du machen was musst du grad machen willst dich alter ich vertraue dir nicht dass ich mich in die auto miese durchs herz geschossen hast ich traue ich dir nicht mehr ich hab gar nichts gemacht nein du doch nicht du bist tot ich meine du wurdest gefeuert lama spruck hat messer in der hand das ist eine karte ok zeig mal her das ist eine karte nein 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 scroll mal durch ich hab kaffee ich geh jetzt hier einmal mein ding durch ja einmal mein inventar die karte ich hab's doch gesagt ich habe messer gesehen das ist das ist das ist das ist so dumm ihr müsst ihr müsst euch immer vorstellen ich wollte ich wollte dass sie erschießen ich schieße hinterher sie sieht es nicht und sie macht währenddessen macht die meeting ich wollte sie eigentlich gerade erschießen mit dem raum kein darf rein ich geh mal pissen ich geh mal pissen ich habe alles aufgefüllt ein nummer so du bist hier in der falschen toilette ist die frauentoilette sie bist du aber auch falsch der guckt mich schon so an jetzt jetzt renne ich hinterher ich habe was davon gehört dass ich gucken will ob du weil weil ich einen verbündeten suche ich habe gesehen dass du wirklich schön die task fertig gemacht hast deswegen vertraue ich dir weil also gut du weißt ja noch gar nicht ob du mir vertrauen kannst aber ich weiß schon mal dass du unschuldig ist ich weiß schon mal dass du unschuldig ist also kannst du jesse oder lama spucker sein weil er hat richtig sauber richtig schön seine klopapier task erledigt ich habe gerade eine task fertig gemacht denn im murr ist es ohne dass er ohne dass turbo weiß dass ich ihn beobachtet habe er hat so schön seine task gemacht hier soll ich einen inventar scrollen da ist die karte du scrollst nur zwei durch sandwitch und gold nicht so her turbo komm lieber mir hinterher turbo komm lieber mir hinterher wieso denn ich schon wieder wieso denn ich schon wieder warte mal tobo bleib mal lieber hier wirklich mach kaffee sag mal bitte ob jemand vorbeikommt damit ich meine task mache vorsicht lamaspucker ist hier lamaspucker ist hier vorsicht 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 lamaspucker ist hier kommen wir gehen mal woanders hin ja 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 wir gehen mal woanders hin äh tobo kannst du mich ganz kurz sichern kannst du mich mal ganz kurz sichern wenn ich eine task mache hä wo ist das fucking brot keine ahnung wo du schluss mit geht mal weg geht mal weg geht mal weg ist hier das brot? ich weiß nicht wo muss ich mir das hinstellen wo ist denn brot? ach der gar nicht mal nochmal neu ok brot ich kann die raute 0 7 0 wer war das gerade? jessi warum warst du auf einmal hinter mir urplötzlich und dann bist du direkt wieder weggegangen? ganz schnell richtig kaffee kaffee warum bist du gerade ganz komisch weggelaufen wo ich dich gesehen habe wo ich mich umgedreht habe du hättest auch wenden können man kann hier bei der scheiß map wenden das wusste ich noch gar nicht das wusste ich ganz normal torbo wo bist du? torbo wo bist du? torbo wo bist du? ich bin im boss raum die Behinderung? ganz zu Anfang habe ich das erst mal gewendet in welchen raum? im boss raum im boss raum wegen meiner kaffeentaste aber ich kann die hier nicht beenden komm mal einer zu mir kommen man ich habe angst nicht nur du warte 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 ich komm zum boss warte warte ja hier hier bin ich torbo tobo kannst du mich mal bitte sichern wenn ich ne task mache oder du ne task mache dass wir uns gegenseitig mal sichern und gucken ob hier jemand vorbeikommt da mal jessi geh mal weg geh mal weg jessi geh weg jessi nicht in der nähe nicht in der nähe gehen nicht in der nähe die können uns immer noch abstechen torbo vorsicht jessi geh mal weg geh mal weg geh weg ja geh weg wir wollen die task machen wir wollen hier gewinnen geh weg geh weg danke ich bin fertig mit mein task ich bin fertig mit mein task kannst du mich kurz sichern? ja ja ok ich bin fertig mit mein task ja ich bin fertig mit mein task ich bin fertig mit mein task ich bin fertig mit mein task ah ok schön für die switch und für kam es in naja aber ich wünsche viel spaß trotzdem ok ich bin fertig pass mal auf du kennst doch rocket league oder? ja moment warte kurz gerade kurz hier sind die beiden sie hatte Pistole Pistolen geh mal weg 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 geht beide weg geht beide weg danke Kai komm hier auf den tisch mhm 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 das war eine karte das hast du gesehen dass es eine karte war also warte 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 ja ich hab das jetzt gesehen so also ich muss sagen ich hab meine task fertig ähm die beiden mit ihrem getue ich glaube Kai will die ganze zeit mit ihm alleine sein damit er ihn umbringen kann ja natürlich ich war schon die ganze zeit mit tobo alleine als ob ich ihn nicht die ganze zeit schon umbringen hätte können Jesse Jesse ist die ganze Zeit am lutschen an ihrem Video oder keine Ahnung was es ist ja krass ja ich muss doch die ganze zeit eine scheiß Druckertast machen aber ich glaube ich glaube es ist Kai ich glaube es ist Kai ich bin auch für Kai ok ich skippe weil ich weiß sowieso nicht mehr von euch beiden aber ja gut machen wir es so tschüss ich suche meinen Job bye wie fühlst du lustig aus Bruder scheiße ok 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 die lutscherin die lutscherin ist es die lutscherin die lutscherin haltet bitte ganz kurz ich bin immer bei euch sein weil ich Angst hau zu sterben und so irgendwann war in mir irgendwann war in mir das war ganz böse ja und wer kommt schon hervor schon hervor jetzt bist du mit ihm alleine ne stoppst du einfach dann lass doch wieder zusammen bleiben alter wo hin break room ne 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 wenn ich über im break rum das sind die fenix jessi läuft wieder her jessi läuft wieder her jessi läuft wieder her jessi läuft wieder her ich laufe dich allein ich laufe dich gar nicht hinterher ja ok ja ok scan id ja ich hab meine task fertig jetzt können wir lava rauswerfen ja dann lass machen alter alter ich kann sogar als geist meine id karte kai 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 du bist tot tschuldigung tschuldigung du bist tot also ich finde also ey da ist die ich will einfach nur nicht alleine sein guck mal an der wand da ist die im offen guck mal an der wand ahhh 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 ja lol so tschuldigung ich bin tot kai ähm also die drei die drei die drei die 30 40 meter geflogen ich muss aufgeklatscht sein ich bin ganz ganz tot äh kai 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 hast du hast du du weißt schon dass du deine aufgaben noch machen musst also auch als geist naja so stimmt jo ich mag die set away out nicht mehr ja ich hab ich hab ich hab ich hab meine ganze task erfüllt ja ich meine auch 5 sekunden ich kanns nicht machen weil ich Angst hab bis ich mich von hinten abstechen ja ok ok es ist es ist es ist wie ich lauf jetzt bei dir mit ok dankeschön ok jo gg gg gutes game das war's Kai, mach deine Aufgaben, mach deine Aufgaben, Kai. Mach deine Aufgaben. Wo geht's denn? Weiß es nicht. Wie macht man immer ein Sandwich? Wie geht denn das? Bist du bei mir? Äh, hier, wie heißt du? Torbo, wo bist du? Torbo? Hä? Wie heißt er nochmal? Torbo, bist du tot? Wenn er tot wäre... Er macht Fake-Aufgaben! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä? Oh, Disconnect. Ja, okay, okay, ich wusste es. Ich wusste es so hart. Ja, ich wusste es. Ich hab nur gewollt, dass er von der Galine ist. Er wurde disconnected. Oh Mann. War das gerade so spannend? Die Runde war gerade so spannend. Ich glaube, weißt du, was cool wäre, wenn wir uns muten und bloß hier in der Lobby halt sprechen. Weil, wenn was Wichtiges ist oder so. Ich bin raus, ne? Ich muss lernen. Ciao. Oh, okay. Als Dirk macht es keinen Sinn. Okay, ja, stimmt. Gibt es ja in diesem Spiel noch andere Spielmodi oder ist das nur das... Ah, ah, ah. Das ist Literally Emogus. Einfach Amogus. Dann kann ich ja mal in Discord oder in die Monster-Community auch mal in die Runde fragen, wer ein PC hat, Steam und dann das hier. Und dann könnte man das mal... Ja, könnte man halt ein anderer machen. Ich versuche das mal die Wochen mal zu arrangieren, ne? Genau, genau. Ich... Aber mit... Also wenn ich mit dabei sein dürfte, dann Mittwoch am besten nicht. Also Mittwoch würde ich nicht mitmachen, dann... Weil Mittwoch, da ist... Ich hab ja dran nicht. Ich mach ja was vor den Mussels. Vor den Mussels. Vor den Mussels. So, äh, was jetzt... Äh, wollen wir das Minenspiel noch machen? Das Minenspiel? Klar. Also ich bin dabei. Ne, doch. Sieh, 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 zu dritt. Es ist jetzt 16 Uhr. Ich würde generell sagen, dass ich 16 Uhr raus bin. Es ist gleich 16 Uhr. Ach komm, das dauert doch nicht so lange. Wir können mal ein, zwei Runden probieren. Ein, zwei Runden? Hm? Ne. Sieh, komm, sag ja. Dann mach mal irgendwas anderes. Das ist noch was geniegend. Wie Lego. Na, ein, zwei Runden nur Cave Crawlers. Also ich weiß gar nicht, wo das noch drauf hat. Warte mal. Ja, Alter, ich... Da seh ich den Thor-Browser. Ich hab mir übrigens gestern den Thor-Browser runtergeladen. Ich kotze dich an, wenn nicht. Falls den einer von euch beiden kennt. Kai sollte ihn kennen. Und trotzdem kotze ich dich an. Kai? Hm. Ich hab gerade gesagt, ich habe Thor auf... Ich habe Voice-Meeter. Gerade bekommen. Der Chef? Ja. Hä? Hä? Ich habe Voice-Meeter und Töre euch noch. Okay. Ich höre dich auch. Wenn du euch schaut, was ich erzählen wollte, ich habe Thor auf dem PC. Ich weiß nicht, was es ist. Du bist doch noch zu jung dafür. Sag's auch nicht. Am Ende probiert das aus. Äh, äh. Doch. Also, nachdem meine ich, dass ich es nicht sage. So. Ähm. Ich kopiere meine ID und schick's euch beiden. Ich starte das Spiel erst mal noch. Ich hab das noch gar nicht gestartet. So. Kann ich euch mir gleich wieder ansagen, bitte? Ich hab's dir geschickt per Discord. Tja, einfach. Ich bin mal kurz weg. Auf der Seite. Schreib's mir jetzt an. Ah, okay, Turbo. Äh, achso, ja. 3MQ TV5. 3MQ Fuck. Ach, ich tipp nicht, Schütze. 3MQ TV5 Total. Äh, ja, Turbo, wir machen ja nicht lange mehr. Also, im Stream, ich spiel auf jeden Fall noch im Stream was. Muss ich mal gucken, was. Aber... 3MQ TV5, ja? Ja. Hat er das Game in Update? TV5, nein. Uhr oder Kuh? Kuh. Ja, war richtig. Was findet ein Spiel nicht? Kann ich euch nicht hier direkt einladen? Moment, ich versuche dich mal so einzuladen. Hier in Lobby einladen. Dann schicke ich mal Salami, Salami sowieso auch. Oder dein Client ist nicht. Ich muss mal das Spiel nochmal schließen. So. Ja, ich habe eine Einladung geschickt, ne? Oder dein Spiel ist nicht auf dem neuesten Stand, Kai. Kann auch sein. Entweder deins oder meins. Meins ist auf dem neuesten Stand. Welches ist das jetzt? Also, da steht doch auch irgendwie, ähm... Welches da steht? Bei mir steht 0.59. Bei mir auch. Bei dir, Kai? Wo steht... Warte, ja, muss ich wieder rausgehen. 0.59. 0.59. Ja. Warte kurz, ich muss kurz mischgucken. 3Q... Äh, 3MQTV5. Du spielst doch auf dem russischen Server, Kai. Du hast nicht auf Europa... Ach so, Entschuldigung. Ich trebe auf Europa. Ja, ich... Wo steht das? Wo ist das? Wo ist das? Ups. Setting? Äh, aber Europa ist ein Haken drinne. Aber der wechselt nicht zu Europa. Zur Türkei wechselt der. Mach Europa. Jetzt bin ich in Europa. Okay, ähm... Okay. Ich muss schon einen Kursdruck. 0.2V. Oh Gott, warte, warte, warte. 1KW. 1KW. Oder eine Kalenderwoche. Oder eine Kalenderwoche. Entschuldigung. Oh, hat der Maul. Oh, Ast. Jetzt wieder Ast. Ist wieder da. Ast. Ist ja Ast rein. Ast-Loch. Ast. Lami, komm rein. Ich schicke dir sogar noch eine Einladung. Bin doch schon. Ja, geil. Rinder. So, wir müssen... Lama, wir müssen uns koordinieren. Das heißt, die Fackeln können auch leer gehen. Und wir finden irgendwann nicht mehr viele Fackeln. Das heißt, einer von euch muss noch... Genau. Nur einer muss erstmal leuchten. Wir müssen uns auch die Waffen... Ist das langsam? Wir müssen uns auch die Waffen... Ne, du kannst auch mit Shift... Kannst auch rennen. Wir müssen uns auch die Waffen... Müssen wir uns auch verteilen. Also wenn jemand zum Beispiel auf Messer skillen will, dann muss man ihm das Messer geben und so. Nicht überhand reinrennen. Man verliert hier recht schnell das... Sehr schnell sein Leben. Und dann ist man wirklich komplett raus. Für die ganze Runde. Lama, hinter dir. Der guckt sich nicht unter, Jung, ne? Guck doch. Du musst vorsichtig im Spiel sein. Wie viele Lebensbalken hast du unten noch? Äh, drei. Da hast du schon zwei verloren. Die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Hier lang. Was nur da hoch geht, aber es geht eben scheiße. Hier hoch? Ja. Pass auf, denn da lang werden die Steine. Ah, tatsächlich bis zur nächsten Brücke da hinten. Ah, okay. Man kann doch dashen, dann geht es leichter. Ich kann das nicht spenden. SD? Wer ist ASD? Ich bin ASD. 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 Ich habe immer keinen Bock, den Namen einzugehen. Du musst jedes Mal den neuen Charakter... Alter, kommt jemand zu mir? Ja, warte doch. Ich sehe hier nichts. Achso, ASD ist noch nicht da. ASD ist nicht. Scheiße, Jump'n'Run. Im PC. Lass es mal bitte. Okay, okay, okay. Los, weiter. ASD. ASD. Wo gehen wir? Rechts, rechts. Äh, es kommt ein Slams, 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 Slams. Okay. Ey, Jessi! Warte. Was renntst denn du, ohne dass wir überhaupt... Ich skill auf. Was soll... Warte, 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 was? Skill, skill? Nee, das ist ein Sword, Sword. Ich muss auch Sword skillen. Ich seh, ich seh nix. Kill's 3, Spillbook, Dash. Oh, ich hab jetzt die Fackel aufgehoben. Versteck mich jetzt nicht. Kann ich denn die haben? Das? Das war's Falsche. Wo? So, die Spitze. ASD. Ich hab keine Fackel mehr, Kai. Tja. Nimm deine Fackel runter, ich leuchte. Dann geh mal vor. Da ist, links ist ein Slime. Sehr schön. Und wir können runter. Hui. So. Ich leuchte noch. Ich leuchte. ASD. ASD. Da ist ein Goblin. Vorsicht, wenn er zuschlägt, dann kann man nach hinten laufen. Dann erwischt er einen nicht. Aber nicht immer vorrennen. Am Ende kriegt er immer einen Hit ab dann. Dadurch. Boah, es ist dunkel hier. Die Fackel, die hat auch noch 40%. Hauptsache, man sieht überhaupt aber was. So, wieder links oder rechts? Ich geh mal nach rechts. Oh, ja. ASD. Oh. Oh, ich bin Spackis. Oh, bitte, 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 bitte. Was war da drinne? Was war da drinne? Ich weiß es nicht. Hä? Sharpening Stone. 25%ige Chance. Kann ich irgendwie auch skillen oder so? Äh, Jesse, du hast auch ein Schwert, oder? Hm. Dann musst du das bekommen. Weil das gibt dir nochmal irgendwie einen kritischen, glaube ich. Das gibt dir nochmal einen kritischen. Okay, bin ich zurück. Zurück. Okay, weiter. ASD. Competitive End war ja zu lang. Wow. So, runterrötschen. Hui. Alter. Kaputt, Ma... Da liegt noch ne Fackel in der Wand. Was war das? Was war das? Den nehm ich mal mit. Warte. Drei. Oh mein Gott, ich hab ihn getrunken. Du hast was getrunken? Ich muss vor, ich muss vor, ich muss vor, ich muss vor. Ich hab... Ich muss vor, ich hab... Ich muss vor, ich hab... Ex... Äh, nur Expertise. Ich hab... Ja, ja. Macht, 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 macht. Ich kämpfe, ich kämpfe, ich kämpfe, ich kämpfe. Ich hab kein Gefühl. Oh, oh. Oh, das sind ganz viele. Oh, ich darf doch nicht. Ich kann doch... Hä? Oh Gott, 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 ich hab eins. Ich dachte, ich hab... Alter. Ich hab nur noch eins. Hä? Ich dachte, ich hab Schutz. Ja, du bist sehr weit so schnell vorgerannt und mir war viel zu viel mit dem ich angegriffen. Ja, ich dachte, ich hab Schutz, weil ich diesen komischen Trank getrunken hab und da steht... Der ist so ein Schild. Äh, ja, ich weiß nicht. Wo hab ich noch... Wo hab ich noch... Wo hab ich noch ein Skill? Oh mein Gott, ja, ich hab noch ein Skill. Ich geh mal nochmal ne Fackel mit. Wenn ich jetzt rüber raus... Also der... Nee, nicht hoch. Muss ich ein bisschen hochgletschen. Wie crouch, Mann? Mach die Fackel weg, ich hab noch meine 20%... St.A.G. Steuerung. ganz links unten ja du hast doch ziemlich rumgelegt auch im discord du bist rausgeflogen na toll wir sind wieder noch zu zweit komm runter ja die frage habe ich raus aber die ist richtig schwach geworden moment ich habe ich habe ja noch drei alles gut jetzt hast du ein schwert weißt du mit bonus jetzt bist du einfach weg das ist das ob er geht hier ist ein wegx hätten wir oben weiter ja ich weiß auch nicht hat sie ihr zeug fallen lassen ist einfach rausgeploppt mit all den items ach da hier hier geht es weiter oder sind wir hier gekommen weiß ich nicht aber nicht vor das hat nichts zu sagen immer schön vorsichtig sein dann haben wir nicht direkt einfach jetzt habe ich ein hit bekommen von den scheiß fledermeisen mann deswegen sage ich dir vorsichtig auch mal zu einem schritt zurück gehen oder so mache ich doch immer jetzt glaube ich lange die verfolgen mich gleich ich mal zurück man hat auch bloß sie müssen mich bis einmal drehen oder so wie viele leben hast du noch immer noch eins okay wir können uns halt gegenseitig reweifen aber wenn halt beide droht sind dann ist halt das ganze dann sind halt weg also wirklich halt da ist eine brücke müsste noch die fackel das sind zwei warte vorsicht das sind zwei schlangen auch scheiße ich bin runtergefallen weil die schlange hat mich übel nach hinten katapultiert what the fuck also weil ich dabei gesprungen bin hitbox kann ich jetzt machen hier ist was free das dann einfach so bekommen irgendwas bekommen schuhe und hat sie kannst jetzt wieder oder was die verreckt die kaputt ja jetzt sind wir gerade folgt weil unfaire weise eine schlange hat mich weg richtig weg so ich habe meine sachen sogar noch was ich lade euch einfach mal ein noch im hauptmenü ja ich habe euch jetzt beide mal eingeladen das funktioniert bei mir ich will mir trotzdem ansagen yy l z6 g z6 g hast hast mit lollipop und da steht die damit schwert und fackel für unfaire steht damit schwert noch rum und dein lebensleister ist die video voll oder oder wird er komplett gecheatet leho das heißt ihm sonst gern besser schön ihr wartet mal da geht es wahrscheinlich weiter links wäre wahrscheinlich die truhe gewesen ich sehe gar nichts von euch ich würde den ganzen weg blockieren ok ich gehe noch mal zurück links da ist nämlich vielleicht die truhe gewesen also kommt man mit das ist was das ist ist da was egal wo wir lang gehen da ist irgendwas böses noch mal einer leicht ich habe gar nichts aus der spitzhacke immer noch bei mir ist es egal ich bin voll warum wer ist dadurch nicht voll kann man irgendwas droppen man kann droppen ja da musste quasi ins inventar gehen und dann einfach rausziehen also ich gehe jetzt weiter wir kennen ja andere warte warte hier wer wäre es nicht voll ich habe fünf ich bin voll du jesse bist du voll mann ich möchte zwei nicht mehr was denn ich habe nämlich noch also wenn ich habe so ein lebensdrang das füllt drei das füllte drei auf das solltest du lieber behalten das füllt drei balken direkt auf alter cool die krips habe ich ja noch nie gesehen oh vier slime vier slime ich habe dem die crit gegeben das ist gelett wie jetzt hast du noch so ein schwert gefunden oder wird ja man kann diese dinge hier öffnen mein gott hier ist noch eins kann ich die nehmen gegen das schwert ich höre gefahr oh gott ich möchte es hier warte wer will wer will das schwert hier haben das deck also mit einem hit kann man mit dem schwert machen also die fledermäuse kaputt machen ich höre slime ich fühle mich wie bei uns zu dritt fühle ich mich ja wie ein walheim alter kann ich so schnell hatte rechts ist noch ein slime also mit einem hit mit dem schwer hat das schwert ist ja heilig als was hast du für eine riesig große battle axe ja das ist eine battle axe oh was ist das ist noch ein schwert ein battle axe das sollte kein nehmen ich habe hier warte mal wie viel fünf damage acht knockback habe ich hier was macht das schwert noch ein dagger ich habe einen dagger sechs damage macht sogar noch mehr mehr knockback mehr critical das ist stärker cool nehme ich mal das messer was ist mit dem schwert hier ich kann noch mal äh 4 damage plus 3 punkte habe ich irgendwas schwert ne axt möchte ich gerne haben irgendwas mit nicht backstep und das hier zack warte mal kurz ich muss verstehen was riecht was ist das juwelier gold was oh mein gott was hast du jetzt gefunden vorsicht dicker ich habe irgendein dickes schwert gefunden guck mal bei der damage und verteil das mal auf uns ah hier hier juwelier gold nicht zwei leute gleichzeitig eine fackel halten das ist für euch ich habe meine battle axe das ist ein bisschen schlechter ne 5 damage das macht genauso wie das schwächste schwert aber irgendwas ist besonders an der irgendwas ist besonders an der irgendwas ist besonders an der ja 20 prozent zweimal zu retten aber du hast ja jetzt auf axt gelevelt glaube ich oder sowas ne ich habe gar nicht gelevelt auf irgendwas du sollst das mal machen ich habe ja noch nicht ich habe das nicht das gibt es nicht hier das kannst du nicht auf axt repeater ist sicher aber das tut schnell das tut aber schnell das macht 2,5 attacks per second wo ist repeater vor dir golden rapier rapier ach so das macht schnelle schläge dann ist das für dich ohhhh wie schnell das angreift ich habe auch auf attack speed generell geskalt so ist das jetzt nicht oh lol na dann ist das ja vorteilhaft für dich ach warte mach mal auf hier was da hier leder irgendwas mit leder ne lederjacke 3% blockchance 3% critter chance das ist ein kobold degger alter 5 kobold degger was mach ich 4 damage critical chance 10% attacker per second 2 weapon range nehm ich mal mit für dings also für starke nehm ich die axt und für so schnell alter ey lass mal warte kurz äh lass mal vergleich machen schlag du mal guck mal wie schnell ich schlage echt denkst du ja ich habe auch attack speed ja aber ich habe auch attack speed mit du gehst jetzt auf schwert da kai geht auf echte du droppst jetzt kai seine axt nicht äh nee du gehst auf äh messer äh dings ach das ist ein acclave ist ex was soll ich nehmen sword was soll ich machen du sollst auf axt skillen und er skillt auf degger dann muss er dir nur noch deine axt brauchen wo ist denn die axt hier im skill ach so hier warte mal ja der hat noch im inventar nein im skill im skill baum puch ach so ich dachte ich attack speed with access hier ich habe es gefunden attack speed with access mach ich mal attack speed with access ich dachte ich könnte jetzt hier ich dachte ich könnte jetzt hier das ist vor dir einmal für für groß und klein wie schnell greif ich damit an was left behind ja relativ langsam halt äh 7 damage hm ich bin für große starke waffen bin ich äh bin zu haben oh was ist das clove band was was ist das hier clove er pillisier was er pillisier hier leute kommt mal her oh yeah oh was ist denn das alles joh bladed weapons also rechts ist irgendwas mit 25 prozent chance auf hit with bladed weapon wo kai lama sprang natürlich wieder alles mit ich habe nichts mitgenommen außer das jetzt das assort macht 4 damage also das assort ist scheiße ich habe jetzt hier knockback 10 er braucht jemand hier einmal das da keine ahnung willst du es mal von ein health every jeden 30 sekunden ein healthpunkt für 60 sekunden aber die pickaxe brauchen wir jetzt nicht oder das heißt zwei healthpunkte die pickaxe können wir alle liegen lassen ne das heißt zwei healthpunkte macht das ja ich habe ja das deal dingster boomster neb ich mir auf wenn ich mal heilen muss oder so also ihr könnt ja auch alle ihr könnt ja auch alle eure pickaxes liegen lassen wollen wir ja nicht mehr ja habe ich sowieso ich habe das sowieso auf dem weg liegen lassen ja aus dem weg raus raus ziehen einfach raus ziehen ins leere ziehen wie kommt man jetzt naja dann müssen wir weiter erkunden Okay. Fakul? Ah, Sitte, komm. Ah, Sitte, hat aber keine Fakul mehr. Jetzt musst du dran. Ah, okay. Okay, da geht's nirgends wo lang. Hier sind wir ja vorbeigelaufen. Sind wir nicht von da gekommen? Von hier sind wir da gekommen? Ja, von hier sind wir gekommen. Wir müssen auch lang, da geht's auch weiter. Wie, da geht's auch weiter? Ja, da ist der Ausgang. Wo denn? Oh, mein Gott. Das, wo wir hingegangen sind vor uns, war was? Ach so, deine Fackel ist aber kacke, oder? Ja, du bist auch kacke, komm jetzt. Aber lass doch Kai vorgehen. Ja, dann soll er doch mit seiner Fackel. Dann kannst du ja eigentlich mitschmeißen. Ja, hier war ja die Truhe. Ah, stimmt. Ah, hier, hier, hier. Ja, hier ist Schnur. Okay, los, geht drin. Warte. Tschüss. Gesundheit. Auch gerade fast Gehörsturz bekommen, oh mein Gott. Ah, nochmal so ein Leder-Dings. Und eine Fackel nochmal an der Wand. Wer nimmt das? Keiner will das Leder-Dings mitnehmen? Okay. Fackel. Äh, das, irgendwie gibt mir das Spiel voll die Weiß von, äh, Klabanki, oder wie das heißt. Ja, wie hieß denn das? Ja, da wird mir jemand mitnehmen, irgendwas. Ich hab das hier, hat jemand noch nicht das hier? Kai, hattest du das aufgenommen, das mit dem Heal? Hallo? Kai? Warum kam so lange kein Super Smash Bros mehr? Äh, letztes Mal ist tatsächlich auch wieder was Toxisches passiert. Und da ist mir ein bisschen die Laune und da kamen doch sehr, sehr viele Indie-Games dazwischen. Und dann haben wir auch... Du gehst nicht vor, du wartest. Dann hab ich alleine oder im Team, haben wir auch Indie-Games gespielt. Und das hat tatsächlich momentan mehr Spaß gemacht als Smash. Erstmal. Ihr nehmt wieder ne Fackel? Okay. Oh. Was passiert ist? Na ja, einer hat wieder arrogant in den Chat reingeschrieben und dadurch, äh... Also was heißt nur in arrogant in den Chat reingeschrieben? Pfff, der hat mich in meinen... Der hat mich in meinen Charakter beleidigt. Na, natürlich hab ich den dann direkt gebannt, aber... War schon eklig. Mal so. Oh, hier ist schon direkt das weitergegeben. Also ist jetzt nicht so, als ob mir das, äh, als ob Smash mir das komplett versaut hätte. Ist jetzt nicht so. Oh, wir können in die nächste Etage. Okay. Aber... Alle gleichzeitig. Irgendwann kann ich natürlich nochmal Smash machen. Aber momentan ist... Sind die Indie-Games haben momentan erstmal viel Spaß... Viel mehr Spaß gemacht. Ach, danke. Ja, ich hab noch mal ein bisschen rumgezeichnet. Mir quasi so eine künstliche, künstlichen Schatten nochmal gemacht. Alter, eine Bombe. Mit einem künstlichen Schattenring gezeichnet. Mhm, 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 mhm. Aber der geht genau in mir drinnen, Kai. Oh, la, was ist vor was? Voll geil. Hinter hier! Oh! Okay. Einen, einen Punkt hab ich leider verloren. Ich muss da skillen. Äh, was muss ich skillen jetzt? Dagger. 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 Dagger! Äh! Ja, ja, alles gut. Ich werde nur gucken, ob es heute geht. Dagger, mein Dagger. Warte mal, dann was? Run-Click. Hast du? Ja, ich hab... Gut. Gut. Asle. Asle. Also wie gesagt, es wird auf jeden Fall noch... Äh, irgendwann nochmal Smash kommen. Vielleicht sogar in meinem Vier-Tage-Urlaub. Nichts. Also, ab Freitag. Irgendwann vielleicht nochmal. Ich, ich will sogar Smash spielen. Also ich hab sogar Lust auf Smash. Aber momentan... Mh, machen wir ja auch sogar selbst in der Party gerade das. Und Indie-Games... Ach, kann ich was gehen? Also Indie-Games machen gerade tatsächlich wirklich, ähm, momentan ziemlich viel mehr Spaß. Und in ein paar Tagen kommt sogar Starfield raus. Starfield wird so ein Abriss bei mir. Ohne Scheiß. Also sehr viele Projekte, sehr viele Projekte. Du streamst es doch da trotzdem, oder Jessi? Trotzdem wird Starfield bei mir so ein Abriss von dem, was ich gesehen hab. Ich seh nichts. Kann dir noch einen anderen fragen? Nicht runter! Hä, da ist nichts. Alles gut. Ich hab schon überall geguckt. Hallo? Tja, ich mit meiner Axt, ne? Voll durchgebrettert. Oh nein, fuck, ey, Mann. Ich hör irgendwas. Geh auf. In Abschlacht. Und uns. Ich helfe dir. Spinnen, Spinnen, Spinnen. Oh ja, die Spinnen sind richtig Asi. Nee, hier. Oder so. Na gut. So will der Fackel vor. Asi. Asi. Ich lass mich gucken. Nicht gleich aufheben, erst mal gucken. Ja. Pass auf. Oh Gott. Zum Glück hat er mich noch nicht angegriffen. Ah nee, das ist ein Trinket. Äh, wer will das haben? Wir werden auch mal was haben. Was? Ist das zum Anziehen oder was? Ein Trinket ist sowas wie ein Talisman. Ja, wofür, 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 wofür stand denn da? Irgendwas mit Blockchains erhöht in so'n Schritt. Ich hab keinen Blockchains erhöht. Aber kann man das irgendwie von Crit Damage? Ja. Ja, im Inventory. Wie, wo im Inventory? Tab. Ach, das ist, oh mein Gott. Ich hab jetzt das Sharp. Ja, dann nehm ich das lieber in den Sharpings hin. Wird man schon immer. Will jemand einen Sharpingszone haben? So, Bladed Weapons. Äh, kannst du Kai geben? With Blockchains while holding an Axe. Kai, komm her, Kai. Ui, hm? Komm her. Ah, ein XP-Bot. Shanks war hit with Bladed Weapons on Grandeur and Multiplayer for... Bladed Weapons ist auch für Axe. Okay. Aber, warte mal. Nein, auf Talisman. Auf Talisman dann hin. 3% Blockchains... Achso. Na, warte. Was ist das? Ah, und hast du schon was? Äh, also... Ich hab Fackel. Ne, ich hab... Ich werd ne Ausrüstung, meine nicht zu verbrauchen, wenn ich die Füße gehe. Ne Schaufel. Warum kann man das nicht auch helfen? Läuft irgendwas? Alter, ich kann's jetzt hinter mir her, ey. Also, ich spezialisiere, ich hab bis jetzt auch immer komplett auf Axe gespielt. Oh, ne Schlange, Alter. Oh, Junge. Spinne. Gleim? Mann, ich seh gar nichts, wenn ihr da vorrennt, Leute. Äh, Vorsicht! Ah, sie hat mich erwischt. Seid so froh, dass sie mich das erwischt hat. Hier sind voll viele Unten-Schlangen und so. Äh, bei mir geht's weiter, glaub ich. Bei mir geht's auch weiter. Wir sind ja rein, ja. Echt? Okay. Na ja, nicht hier, auf der anderen Seite. Oh, hier, na, da ist Climby Copper Axe. Das ist wahrscheinlich kein Fall. 10 Critical Shanks. Vorsicht, da suchen wohl ne Schlange. Oh, yeah. Ähm, warte mal kurz, ich muss mal kurz durchlesen. 10,9. 2,5 Reppon Range. 2,5. 1,1. Dodge Shanks. Das ist sogar schlechter als das, was... Nee, das ist genau das, was ich hab sogar. Die Achse ist wirklich sogar besser. Geht's hier noch weiter, oder was? Ja, natürlich. Ja, weil da drüben geht's auch weiter, da hinten. Geil, die Achse ist besser. Hat jemand noch ne Focke, der nicht Jesse heißt? Ich? Auflust bei 50 Prozent. Vorsicht! Was ist denn? Hä? Ein paar Critical Strike Pausen. Soll ich's mitnehmen? Ich hab noch genug Platz. Ne Critical, ne kritischen Pausen, okay. Da ist ein Handblatt drauf. Lul. Da wurde wohl jemand, äh, attackiert. Also... Also... Alter! Hab ich gar nicht gesehen, Scheißschlange! Oh! 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 Eure Fackeln sind ja für'n Arsch. Lasst mich mal leuchten. Oh je. Wartet kurz, ich hab'n neues Skill. Kann ich'n gleich. Ah, was steht da? Vorsicht, es kommen viele! Da ist noch ne Slimey X. Gut. Guck. Ist die irgendwie besser? Ist die irgendwie besser? Oh! Die ist genauso. Die ist was ist das so? 소. Oh Gott! Wie viel Slimey X. K. Oh. Hallo. Hallo, es ist ein Trinket. Hint dich hoch! Hint, euch auf! Hint, euch auf! Oh Gott, wie viele Slimey X. Der Trinket wäre tatsächlich was für Kai. Kai, komm mal her, wenn du so ein Mob killst oder sowas, äh, wirst du schneller. Oder mehr Verteidigung, eins von beiden, ich weiß es nicht. Muss ich verwenden, oder was? Ja. Mucke. Für 5 Sekunden. Kann sich hier was denken. Er ist ja nicht permanent da. Jetzt sollte man weiter nach oben bleiben. Okay, einmal weiter. Kai, warte. Oh, hier ist nochmal ein, nochmal so ein Losequipment. Hier ist nochmal was für 50 mit 25% Chance auf Crit with Bladed Weapons mit, äh... Das ist ja den habe ich. Ach, das ist dieser Dings, ja. Runter jetzt, oder was? Ja. Äh, habt ihr die Fackel hier mitgenommen? 100% Ich wechsle mal meine Fackel aus. Ich habe gar keine mehr. Achso, dann nimmt die hier am Boden, die hat noch 60%. Das ist blöd, dass wir so breit sind. Gehen wir rechts? Rechts? Hier geht ja noch ein, oder? Ne, es geht auch links. Lass, lass dich vorgehen. Kai. Oh nein, da kommen ganz viele Spinnen raus. Sie sollten lieber weggehen. Weißt du das? Ja, ganz am Anfang wurden Kai und ich von sowas getötet. Ah ja, hat er schon mal gespielt, oder was? Ja, wir haben es einmal gestern haben wir ein paar Runden gemacht und dann ist uns direkt klar geworden, zu zweit zerspielt. Ziemlich schwierig, auch zu zweit schon. Gott. Ich habe einen neuen Skillpunkt. Ähm, ja, direkt. Ein Schwert. Tarnischt. 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 Wie habe ich denn überhaupt? Was habe ich denn hier? Äh, 4 Damage. Das ist ja wirklich. Kannst du ja nehmen, wenn du willst. Ah, aber ich bin halt so auch schon auf Deckartiges Dämmers reingegangen. Okay, na dann. Kannst du auch vergessen eigentlich. Geht's hier noch weiter? Guck, ist da noch was? Nein. Oder? Ja, nur Kai ist wieder los. Slyme Coppa, okay. Ich habe mir die Axt bloß angeguckt. Nur das gleiche. Oh, irgendwas. Oh, was ist das? Alter, die Fakka sieht anders aus. Die Fakka sieht ja viel schöner aus. Oh, es kommt noch mehr. Ich mit. Oh, was ist das? Oh, was soll ich ducken? Was? Hier ist eine Speed Potion. Willst du die mitnehmen? Eine Speed Potion. So, ich nehme sie mit. Komm, wenn jemand braucht. Oh, jemand auch, fragt er bloß. Hat da schon jemand, äh, schon wieder jemand an Health Potion gesüffelt oder was? Ne, warum? No, I can live longer. Hey, yesi. Ich habe nichts gesüffelt. Ach so. Gut, doch. Ich habe so klein getrunken. Da war so ein kleiner am Anfang. Wo bist du denn hin? Wo seid ihr? Oben. Nicht alle ineinander. Ich warte, bis du springst. Ach so, Lamy, du bist ja noch unten. Ja, ich bin los. Wusste nicht, wo du langst. Na hoch, hoch, hoch. Hier entlang. Ja. Jetzt weiß ich, jetzt weiß ich es ja auch. Deine Fackel, es sieht wirklich schön aus. Lass sie doch nicht fallen. Nein, ich habe, ich habe, das ist eine alte. Also. Ich habe jetzt noch eine neue. Ja, Sebas, tust du weiter. Aste. 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 Ach so, wartet mal. Hm. Was denn? Aste. Aste. Okay, dann wird man mit einem anderen Game kommt jetzt. Spielst du nebenbei No Man's Sky, nicht wahr? Ja. Aste. Zum No Man's Sky-Sweaten. Vorsicht, nicht alle auf der Brücke gammeln. Warte, fuck, was macht ihr? Auf der Brücke gammeln. Oh, was ist da drin? Oh, nochmal so. Schreck, 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 schreck. Warte, warte, die nehmen wir noch mit. Die fangen immer noch mit. Oh nein, der hat mich getroffen, obwohl ich eigentlich einen... Jetzt habe ich nur noch zwei Helfpunkte. Der Lammenspucker wurde auch zusammen getroffen, weil er sich nicht bewegt, während er das schlägt. Weiß ich nicht, er hat halt noch, glaube ich, so ein Schleim-Dings, ja, wo ich sah. Böse, böse, böse. Dann trinke ich mal die Kacke hier. Die fuck, er sieht voll geil aus. Irgendjemand ist gerade gekommen. Oh. Geil. Oh, geil. Ein Helm. Noch ein neues Schwert, oder was? Ein Helm. Ein Helm? Ja. Also, wenn ihr noch eine Fackel braucht, ich habe noch ein paar. Also, ich kann... Oh, 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 Vorsicht. Einzelt anlocken. Goblins. Überall. Nein, der hat mich schon wieder getroffen. Dann halte ich. Hier ist noch, hier ist eine Bandage noch. Was? Wo? Da liegt, hier liegt noch eine Bandage. Oh, da liegt gerade stehen. Oh, ja. Warte. Oh Gott, da muss ich mal ganz kurz was wegwerfen. Was ist das? Ein Battle-Bogen. Oh mein Gott. Bogen. Lama kann uns einfach Fernkampf machen, hä? Hast du Munition? Ja, aber du kannst unendlich. Du wirst unendlich. Wie geil. Soll ich leuchten noch? Ich leuchte noch. Ich bin... Lama hat einfach einen Bogen. Unendlichen. Doch, eine neue. Vorsicht! Vorsicht! Oh yeah, some help. Okay, einen Helfer habe ich zurückbekommen von der Bandage und in den nächsten 30 Sekunden dann bekomme ich noch einen Helfer. Warte, wie geil. Du machst einfach... Du kannst ja auch Combo'n. Oh! Schlange. Alter, der Bogen ist ja auch okay. Hier ist noch ein Bogen. Oh, macht ihr mal. Macht ihr mal. Battle-Bog, was habe ich für einen? Ich habe einen anderen. Ich gucke, wo was ich für einen habe. Ich habe auch einen Battle-Bog. Warte. Ich habe einen nahen Fernkampf jetzt auf einmal. Soll ich dann den Bogen nehmen, oder? Ich kann fern. Okay. Weiter. So, jetzt habe ich wieder drei Health-Punkte. Lass mich hier umgucken. Nö, hier ist nie was. Ist nix. Bruder! Dwarfen-Kaberns. Was ist das so? Ist das? Na, Armour-Punkte. Block-Chance. Block-Chance. Trank. Ich nehme mal mit. Oh Gott, sind die viele. Alle mit Bogen arbeiten. Und wenn einer zu nahe kommt, mache ich den Resten mit der Axt. Alter, das macht ihr super. Voll geil mit Bogen. Vorsicht! Alter, dieses Quick-Aim. Schon ein bisschen unholy, die ist das. Hör! Hier ist auch ne Fackel, die man mitnehmen kann. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Brauchen wir nichts. Ich habe jetzt noch zwei. Also die habe ich die hierzeit, die hat noch 50 Prozent. Oder 60, sag ich mal. Und die, ich habe noch ne andere, die hat auch noch 100 Prozent dann. Diese schöne, die Kai so schön findet. Warte mal ganz kurz. Nimm mal das. Okay, so. Ach so, habt ihr ja schon die Fackel getauscht. Oh, okay. Aua. Oh Gott. Geht's auch hoch? Hier ist noch ne Kiste. Was drinne, was drinne, was drinne, was drinne? Ein Experten. Oh, ein Ring. Ein Ring. Ein Ring. Critical Chance. Na gut, das brauch ich nicht. Hier habe ich auf diesen, habe ich drei. Das sind fünf. Das ist nicht so. Ein, mathematisch, macht das überhaupt keinen Sinn. Kai, kommt's? Hm, ja. Warte, warte, warte. Ich muss kurz noch wollen. Man kann auch auf Bogen und Pfeile skillen, ne? Das wisst ihr, ne? Ja. Kann sich später auch noch umskinnen. Warte kurz. Äh, es gibt, äh, 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 Wo kann man auch mal draufskinnen? Ja, man kann sich später noch komplett umskinnen. Upsi. Nein, nicht. Na Gott, ich geh jetzt hier drauf. Zack. Äh, wir, wir nutzen ja alle Bogen. Ich nutze mal die Nackenfacher. Weil ich möchte mein Schwert, äh, mein Decker nutzen. Lass mal rechts gehen. Oh, rechts ist gar nicht so gut. Stimmt. Wir sind ja hier lang. Oh. Wäre aber schon besser, wenn wir zu zweit mit Bogen gehen, Alter. Vorsicht, hinter dir, hinter dir. Gott. Ich hab die alle nicht gesehen. Oh Gott. Ja, Alter, deshalb spiel lieber mit Bogen und geh vorsichtig. Jetzt hast du noch ein Leben, Alter. Du bist vorgerannt und ohne Bogen, Alter. Ich hab die alle nicht gesehen. Ich wollte eigentlich bloß die Fackel haben. Äh. Dann möchte ich die austauschen. Am Kotzen erstmal, Lama. Oh, man muss hier wieder ganz normalmäßig. Jesse springt oben rum? Ja, muss man auch. Jump in, runen. Ah. Oh nee, ich bin runtergefallen. Boah. Okay, ich schaff's das. Go Kai. Go Kai. Go Kai. Yo, yo. Yo Kai. Gut. Ja, ich bin wieder da. Ich hab die Fackel. Könntest du mir bitte aus dem Licht gehen, Alter? Unten ist Arsch viel, Monster. Hab ich schon gesehen. Kai, nicht ne Bombe? Ich hab ne Bombe. Diese Sounds, Alter. Ah. Ich hab so eine neue Expertise. Der Dicke ist runtergefallen. Oh, sehr Expertisen. Wattet mal. Wattet mal. Kommt mal mit. Warte. Ja, sie ist Expertise. Ich bin Expertisenperson. Hinter dir ist einer, Kai. Oh Gott. Zum Glück, ich hab keinen Schaden bekommen, wenn ich noch schnell weggesprungen bin. Mach mal ein Fackel, oder? Ey. Bin zu doof. Ey, was denn hier? Das ist doch hier drüben, oder nicht? Ja. Da oben war es. Da oben ist es noch Kissen. Ach so. Man kann auch einen Airdash machen, ne? Wenn man es richtig... Warte mal. Ich hab's, 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 ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Puh. Hä? Na, macht ja mal. Hier ist ja ja nüßcht. Hier ist ja ja nüßcht. Da ist ein Kopeln. Hä? Äh, Kopeln. Warum sagst du dir das die ganze Zeit? Die Schnauze. Ja, ist ja gut. Wer sagt denn das von euch die ganze Zeit? Das sagt Lama die ganze Zeit. Was? Wieso ich? Nein! Du sagst das die ganze Zeit. Das schriggerst du nur irgendwas. Mit V. Mit V sprechen kann. Oh, du legt was. Hier ist ein Schwert auf dem Jesse. Jesse, dein Schwert. Vorsicht, ein Goblin. Jesse, ein Longsword. Weißt du nicht? Jesse, ist das was für dich? Eldritch Longsword. Alter. Du bist jetzt so auf Sword spielen, ist die Spitze nicht so. Jesse. Ja, ich möchte. Tschüss. Ja geil, wir exiten jetzt. Wir exiten. Mit meinen Tippen. Du weißt, dass man verrecken kann, wenn man da drinnen will. Achso. Ja. Hui. Du wirst tot. Nee. Nee. Weiter. Ah. Wir sind nur Ex-Karaktise. Warum stand da Exit Mine, aber wir sind in Wirklichkeit... Rewive Speed? 100%? Also kannst einfach... Oh mein Gott, das ist eigentlich schon voll geil. Was ist das? Oblig ist Critical? Ja, das braucht keiner. Ich nehme das Rewive Speed mit. Gain Blockchains. Stimmt, ich kann hier... After Ration, Cooldown... Oh mein Gott. Alter, gibt es hier viele Spiele. Junge, ich kann einfach auf Dagger und Sword einfach umsteigen. Ich steige also für beides oder nochmal bloß für Dagger. Ich glaube, ich mache Dagger und Sword. Hat man den gehört? Ja. Yo, yo, yo. Ich weiß nicht, ich kann nicht aufhören zu lernen. Ja, gut. Ob wir so lange noch Cave... Äh, warte. Ob wir so lange noch... Cave Crawler. Spielen ist die Frage. Cave Crawlers. Einfach von hinten so. Cave. Cave Crawlers. 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 Nein, jetzt habe ich nur noch einen. Weil, 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 weil mein Hauptschlag nicht gehütet hat. Komm her, Kai, 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 dann kannst du mir. Cave Crawlers. Cave Crawlers. Cave Crawlers. Cave Crawlers. Cave Crawlers. Cave Crawlers. Guck, ob ich jetzt schon schießen kann, Alter. Yo. Da ist ein Goblin. Goblin. So, am besten, wir hören jetzt auch mit... Cave Crawlers. Cave Crawlers. Cave Crawlers. Ja, toll. Macht die beide auch noch gleichzeitig. Alter, hört mal auf jetzt hier. Ich sag aufhören, ihr macht den also instant. Oh, Vorsicht. Oh mein Gott. Ich halte jetzt einfach immer gedrückt, wenn wir nach vorne in die Dunkelheit gehen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Help. Help me. Help. Ist ja gut. Oh, scheiße. Help me. Help me. Help. Help me. Ist ja gut. I've fallen and I can't get up. Help me. Help me. Help me. Geil. 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 Ich höre noch irgendeinen Slime. Was ist das? Nur die Expertisen. Ich habe Boots bekommen. Oh mein Gott. Speed Boots. Danke, jetzt hier für den Heiltrank habe ich jetzt wieder vier. Das ist schön. Bin ich wieder voll dabei. Sag mal, seid ihr kleine fünfjährige Kinder, die mit Hot Wheels spielen oder was? Was ist das? Das ist mein Hot Wheels, CAVECRAWLERS! Vorsicht, Schleime, Schleime, über viele Schleime, über viele Schleime, über viele Schleime! Ich höre noch, äh, Schlange, Schlange, Schlange! CAVECRAWLERS! CAVECRAWLERS! Wir übertreiben damit einfach. Ist ja ja nicht, ist ja ja nicht! Ja nicht ist ja ja nicht! Ja nischt! Tja nischt! Tja nischt! Ich hab nischt! Ich hab ja auch nischt! Tja nischt! Nochmal vor Gott'n Krebs! Geile Soße! Oh ja! Tja nischt! Tja nischt! Ich hab ja auch nischt! Einfach mal ein 6 nischt oder so! Ich bin 6! Tja nischt! Ich hab ja auch nischt! Du Hornisch! Hörme! Ich hab nur n' ollen Hornisch! Hörme! Hörme! Hey Spinner! Ja alter, ich revive! Leu te! Ich hab grad uh renderre.. Reviv... Revive dat. Hättest du mich dann auch können! Ja toll! Warum rennt ich nur vor wenn Lama auf dem Boden ist? Ich wüsste nicht, wer das auf dem Boden ist. Kommunikation? Ich bin auf dem Boden gewesen. Vorsicht, Vorsicht, sehr viele Spinnen, sehr viele Spinnen, sehr viele Spinnen. Ach, Junge! Alles gut, nicht vorrennen. Revival. Ich hab ein neues... Ich hab auch eins bekommen. Ich hab auch eins bekommen. Warte, warte. Das da. Spinne. Das ist ein Decker. Slime-Spinne. Alter, das ist so OP, wenn man auf... ...deckst du damit geslimitert hat. Warte, fuck, ich hab irgendwas aufgehoben. Im Camp Sprite ist so ein Sword. Ich weiß sie eigentlich. Ach so, lass mal fallen. Du hast Speedboots, Lama-Spucker? Ja. Bei dir ist, glaub ich, mit Speed, ne? Ja. Können wir tauschen? Warum? Die ganze Zeit auf Speed gehe. Ach so. Ja, ja, guck mal. Aber das ist bloß für Speed. Für, 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 für Rennen. Rennen, Rennen. Warte mal, ich muss mal gucken, ob die Axt hier gut ist. Ich hör Lama-Spucker nicht, wenn er was sagt. Für Rennen ist das. Also... Wieso hörst du ihn nicht? Nicht für, nicht für... Jetzt hab ich Weißmeter. Die... Ah! Hallo! Jessi! Jessi! Jessi stirbt! Die stirbt! Ich hab Weißmeter! Ja, du musst du trotzdem dich umgucken. Ja, da war noch nichts, als ich da war. Schön, dass du das Niri... Schön, dass... Ey, hör doch mal zu! Hallo! Schön, dass du das nie restartest, wenn wir streamen wollen. Hatte ich davor. Nein, hast du nicht! Das geht 6 Stunden lang! Dann hast du es nicht getan. Also... Äh... Hörst du mich wieder? Ich... Meine Axt ist besser. Hallo? Jaja, ich... Ich... Ich hör dich. Jessi hört dich aber nicht, weil... Weil sie halt einfach nur ein Problem ist. Was hab ich? 4 Damage? Ich hab nen Helm bekommen. Koppeldecker? Was ist das? Ach, das ist mir als Quächer. Zeig mal! Äh... Jo, du siehst aus wie so ein Russe. So ein Russenhelm. Junge, sag nichts gegen meine Mom. Nein, ich hab nichts gegen die Russen. Komm her, ich hab mich warten. Jo, mein Hornig, alter mein Hornig! Ich hab nisht Hornig! Hast du schon mal gekommen? Hast du das hier? Weil... Vielleicht ist das hier gut? Ne, ne. Äh... Also meine Axt ist minimal stärker. Besser. Anna, du hast Federn an deinem... Federn an deinen Schuhen. Ja, weil sie doch Speedboots sind. Speedboots. Ja, aber das ist nicht für Attacke, sondern... Mega. Wils haben? Dann liegen die hier jetzt. Und die haben wir jetzt. Hallo? Jessi! Hallo! Willst du mich immer noch nicht? Er sehe. Ich weiß. Er hat dir was getroppt. Er hab's gesehen. Krieg ich wieder die alten Lumpen an. Na toll. Ich kliere hier schon mal ein bisschen. Cavecrawlers. 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 Oh ja, ihr habt ja beide... Wir haben ja alle drei eine Fackel. Das darf man nicht machen, Leute. Oh Gott. Oh. Ich hab die ganze Zeit Fackel. Schlange. Irgendwo ist noch eine Fledermaus. Die hab ich getötet. Alles gut. Ja, ich hör aber noch. Ops. Sekunde. Da ist ja einfach... Ich hab die Kiste. Nein, jetzt hat mich eine Fledermaus. Hat mich jetzt so gerade gehittet, Alter. Also, gehst du auf Attack Speed, Jessi? Alter, da unten sind so viele Goblins. Ja, da komm her. Da komm her. Hier ist so ein Slime-Cover. Das ist 5% Attack Speed und 5% Job-Chance. Was ist das? Warte, ich bring's einfach mit. Ja. Das ist ein Dagger. Das ist ein Dagger. Nee, ein Trinket. Komm, was? Spinne. Kalt. Mhm. Ne, toll. Voll assi, sowas. Every third Dagger hit, das ist für Deggers. Dann nehm ich das. Ist das auch gut für mich. Ja. Alter, ich hab 108 Kills. Da das da unten Goblins sind, äh... Ich hab 110. Wie viele Mobs die schon getötet haben, Junge? Los, hittet die alle mal. Vorsicht, hinter euch! Hinter euch! Irgendwas hat mich jetzt wieder gehittet. Mit ne Fledermaus, oder? Irgendwas hittet mich! Ja, ich bin tot. Get it down! Aaaaah! Ich glaub, ein One-Shot ist mir noch gefasst. Ja, Gott. Was war das? Dicke. Geisteskrank. Was war das gerade? Hat der irgendwas uns komplett gewone-shotted? Ich hab zwei Sachen bekommen. Ein Blade-T-Shirt und ein Brown-Boots. Oh Gott. Okay. Wir haben zwei Sachen gesehen. Noch mal neu? Beruhnen wir uns... Nee. Nö, ich geh jetzt auf. Wir beruhnen uns dabei. Lama? Ja? Mach mal ganz männlich. Cave Crawlers! Cave Crawlers! Cave Crawlers! Cave Crawlers! Du hast dein Mikro einfach rausgesetzt. Ja, frisch! Cave Crawlers! Cave Crawlers! Lul! Einfach Mikrofon ausgesetzt. Dieser Abriss. Wie aus seinem Leben. Ja, ne? Soll ich mal sagen? Lama Spock erreicht's jetzt richtig hart. Blöde Kuh. Oh Mann, Alter. Jetzt schon wieder so was. Hehehe. Oh Leute! Alter, ich hab's einmal bei dir gemacht. Ich kann euch das entziehen, dieses Recht, nicht, dass ihr euch gegen sie rausschmeißt. Ja, ich hab's einmal gemacht, dass ich den mit drin bin, wer mit deinem Leben ist, abgerissen. Hört mal jetzt auf. Cave Crawlers! Cave Crawlers! Cave Crawlers! Rewive me! Hehehe. 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 Mit dieser Oma. Ja. Was? Mit der Oma? Ja, es gibt einen Meme, dass eine Oma hingefallen und die sagt, Hehehe. 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 Das ist genau das. Also haben sie das Sample genommen, oder was? Ja. Ne, das Sample haben sie nicht genommen, aber den Text davon. Achso. Einfach ein Meme drin gemacht in dieses Spiel. Psch. Ah. Es waren noch mehrere Memes mit drin. Ah, ja, ja. Aber das waren noch lustige zwei Stunden, alter. Ja, alter auf. Reingeschissen. Dessi muss arbeiten. Ich hab die nächsten zwei Tage frei und Wochenende. Hahaha. Ja, nee. Äh, hat man das gehört? So. Ich bin dann mal raus. Okay. Tschüss. Tschüss. Wie mir tatsächlich gehört. Und Lami, toll, dass du dabei warst. Ja. Ja, immer. Toll, dass du dabei warst. Dass du heute Zeit gefunden hast für uns. Ja. Das ist sehr schön. Hat Spaß gemacht. Warum macht sie nichts? Sie sagt nichts. Nee, sie ist da raus gegangen, oder nicht? Ja. Nee. Okay, sie ist raus. Aber noch drinne. Nee, sie ist wirklich noch drinne. Aber stumm gemacht. So. Äh, ja. Ciao, ciao. Nein, ich hab mal nicht mehr gehört. Hey, Digga. Mein Laptop ist komplett aus. Also. Ciao, Leute. Das ist so geil. Das ist so geil. Der ist so geil. Und ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Aber was ist es fasziniert. Es wäre fest. Und ich kann auch nicht mehr. In der Zeitung. Du stehst mich, es bis zu den Zucker. In der Zeitung. Untertitelung des ZDF, 2020